Entschuldigung. Ich hab mich sehr wohl gefühlt. Schon gleich die ersten Schwünge, die ich an der Rechtsstange gemacht habe, haben mir das Gefühl gegeben, da kannst du dich wohlfühlen, da bist du sicher. Es gibt ja in Deutschland nur drei, bislang drei von diesen Racks von der Decke. Eines steht unter anderem mit Inge-Fingern in der Nähe von Münsels A und das ist ganz ähnlich. Der Schwung an der Stange ist großartig, aber es ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, weil weder links noch rechts unter dir ist in irgendeiner Form eine Stange. zu sehen und das blindet man aber im Laufe der Zeit aus und die Schwumeigenschaften der Rechtsstange waren großartig, deswegen habe ich auch ein sehr wohlgefühl und ein Doppelsaldo gemacht. Das ist einfach drin, das läuft. Gut, vielen Dank. Anytime. Danke, immer.